Aber da kommt doch keiner. Drei. Das leuchtet auf. Achso, das meinst du. Das leuchtet auf. Soweit es aufleuchtet. Dann kommt der Dampf raus, wenn du drehst. Nochmal drei. Steht auch vorne dran. Zwei. Corona-Ding jetzt richtig. Jetzt wird es immer schneller zum Schluss. Vier. Und jetzt? Eins. Hast du? Gut. Und zwei. Ah, das war drei. Bam. Oh mein Gott, das Ding überhitzt doch voll, ey. Ich denke, wir haben es jetzt, aber... Ja, das Teil taucht auf. Taut auf. Taut auf? Ja, taucht auf. Ja. Da ist auch mal so ein Speer dran. Was? Das ist wirklich? Nein, ich muss nochmal drücken. Ja. Ja, die Innentemperatur steigt. Und? Ich habe noch mehr gute Neuigkeiten. Die wären? Kommen Sie zum Observationsraum. Ich erkläre alles weitere unterwegs. Die Necromorphs sind eine Art Medium der Markersignale. Und naja, die Wissenschaftler haben einen Sensor gebaut, um über den Signal-Upstream die Maschine zu finden. Und wo ist der Sensor? Möglicherweise zerstört, aber ich habe die Pläne gefunden, um einen neuen zu bauen. Ich glaube, ich weiß, wo das hinführt. Ja, das führt zu etwas ganz, ganz Bosse. Bosse? Ja, etwas ganz Bosse. Mit Santos treffen. Macht doch nicht so eine Randale. Ja, auf mich stürzt der Dingler ab. Guck mal, da ist der. Guck mal, da ist der. Da ist der. Da ist wer, habe ich gesagt. Ah ja. Ah ja. Ah ja. Sonderwaffe. Sonden. Ach, Sonderwaffe. Guck mal. I'll be back. I'll be back, genau. Ich muss mal kurz hier lauter machen. Ein bisschen leise. Okay. Na, haben wir doch da. Ich sag doch, da ist ein Speer. Na, Hapune. Hapune. Inaktiv. Ja, wir müssen auch völlig wahnsinnig sein. Nur so wieder gesehen, Speer, da kann man schießen. Richtig. Da kann man schießen, das tötet. Gib mir den. Gib mir den Speer. Lach nicht so. Das ist anstrengend. Ja, vor allem, so man... Nein, das ist so ein... Ja, das ist so ein... Ja, das ist so ein... Wel... Nehmen wir an, dieses dämliche Experiment funktioniert, und Sie finden die Maschine. Und dann, wissen Sie überhaupt, wie Sie sie abschalten sollen? Naja, Admiral Graves erwähnte einen Codex. Sie sagte, man bräuchte ihn, um die Maschine zu steuern. Ja, ich konnte ein paar Locks von Dr. Serrano dechiffrieren. Und demnach ist eine Person namens Rosetta für die Herstellung. Rosetta? Rosetta. Ja. Sie wissen von diesem Schiff, wenn ich die Teile fülle, um einen Sensor herzustellen, finden wir auch die Maschinen, dann kümmern wir uns um diesen Codex. Ihihihihih, er ist Arschloch gesandt. Oh Gott, Krieg-Bahnik. Oh mein Gott, was machen die denn da? What the hell? Guck mal, da sind Cats. Oh, die kommen gleich wieder, wollte ich noch mal sagen. Da, fuck. Da, da, fuck. Äh, ich wechsel mal auf mein Mark. Gehen wir einfach. Hey, die kommen nicht wieder. Oh mein Gott, fuck shit ab! Die verlieren die nicht mal was. Leid sich, ey. Alter, die verlieren noch nicht mal irgendwelche Beine oder so. Der Sucher turnt hier nur rum. Ja, der hat's drauf. Ich muss den auch mal irgendwo ablegen. Ich renne mal da oben in die Ecke. Hier macht's bling, bling. Oh mein hier. Geht das, wie der mal kurz stehen bleibt. Wetter, das ist zwar nicht der richtige Punkt, aber ist auch egal. Äh, äh, äh. Ich bin genau hinter dir. Oh Gott. Wenn du dich jetzt umdrehst, ne? Oh, 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 oh. Was für'n Creeper Isaac ist. Ach, da kommt doch, da rollt er weg. Hier durch. Außen zurück. Oh, 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 da ist was. Wer ist da? Ja. Hier, äh, zwei Clip. Oh, den hab' ich nie gesehen. Oh, den hab' ich nie gesehen. Oh. Oh. Gar nichts passiert. Uh. Äh. Okay. Du da nichts gesehen? Nee. 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 Dann ist ja gut. Ich hab' das wirklich nie gesehen. Das war so schnell. Optionale Mission erhalten. Okay, machen wir das mal aktiv. Immer nur das Vorratslager untersuchen. Oh, oh gut. Das ist ne Kurm-Mission. Ja, ja, andersrum. So ist doch gut. Alles klar. Nein. So. Da lang. Ah. Genau, erst mal die Schuhe abklopfen, wo der jetzt kein Schnee ist. Ja. Nichts hat der Schnee hier rein. Richtig, da wird kalt. Haben Sie wirklich jemanden gesehen? Das ist der einzige Weg, den Sie genommen haben. Danach hab' ich nicht gefragt. Danach hab' ich nicht gefragt. Okay, da hinten. Äh, da. Äh. Da. Äh. Was, was denn? Ja? Die ist jetzt durch die Zurtür gelaufen. Ich sehe bei mir keinen, was du hier siehst, ey. Guck gleich die Männer in der Zwangsjacke. Ja, bitte. Wahnsinn, ey. Die kommen ja aber auch nie durch. Verregel. Warum ist das verregelt? Aber wir müssen hier durch. Verregelt. Achso, nur ich kann aufmachen. Ja, bitte. Hä? Weil, ah, wahrscheinlich weil du, nur du sie siehst. Okay, das ergibt Sinn. Wahnsinn. Anzug. An? Anzug? Anzugstation. Yo, ich bohre nix. Ah, hier haben wir so eine Station, hier komm mal weg. Du kannst alles aufmachen. Sag mal, wieviel Aufzüge das in dem Spiel gibt, ne? Ja, hat zu viele. Da muss man echt mal zählen. Boah, ich werd mal mein Sucher hier mal rausholen. Wow. Ähm. Ich hab gedacht, das war ich, weil ich jetzt rumgespackt hab. Jetzt klettern wir raus, wie die Sachen. Äh, ich hab voll die Hallos gerade. Warum? Was? Nein. Hä? Wow. Na? вotafaauck. Ich seh gar nix. Boah, was Rie Epilhepsie? Ähh. Guck mal, weh da Zuri«, hier. okay. Optionale Mission. What the hell? Was hast du denn gesehen? Bilder von einem Kind ohne Augen und so. Wahnsinn, ich habe gar nichts gesehen. Ich glaube, du drehst langsam am Rad, ey. Ich? Du bist ja der Kranke in der Birne. Der Marker. Äh, da ist er durchgebrochen. Oh, fuck! Boah, hab ich dem Marsch geschossen. Hinter dir. Complete Ownage. Das gehen wir aber, das ist ein Sack, gehen wir nicht mehr. Ich muss die Waffe wechseln. Äh, ne. Äh. Guck mal, hier sind Partyhütchen. Immer Partyhütchen. Ne, hier. Echt? Ja. Weil hier sind keine Partyhütchen. Ich verrasch, hier liegen Partyhütchen rum. Jetzt echt? Ich sehe hier keine Partyhütchen. Ich würde hier ganz eins aufsetzen, aber da ist keine. Aber hier liegen hier Partyhütchen. Die Mission scheint interessant zu werden. Hier liegt ein Feuerwehrauto, wo gerade drüber gelatscht wird. What? Hier, ich hab da gerade rumgedreht. Echt? Bei mir liegt gar nichts. Hier liegt ein Flugzeug, Alter. Ein Dreirad. Ja. Oh, oh, oh. Nur die Viecher, die kann ich killen. Goddammit, ey. Geht so. Oh Gott, du hast wieder eine Vision. Ja. Was siehst du? Sehr tote Mensch. Oh Gott. Hier liegt ein Beachball. Ein Beachball? Ja. Wow. Oh mein Gott, da haben wir das irgendwie mit Tiger-Muster getarnt. What the hell, ey? Guck mal, jetzt die Boxen sind unter Stase. Da hängen überall Fotos von meiner Alten an der Wände und so. Wow. Das ist voll flusslustig. Au! Bitch. Ja, Überraschung. What the hell? Mann, komm, wo die alle herkommen? Die sind jetzt mal alles in die Luft, ja. Au! Oh shit. Ach, Mist. Ein Mistviech, ey. Alter. Ne Bank. Ne Bank. Wow. Irgendwie spinnt mein Ding. Der sagt mir hier lang. Warte mal. Sagt er mir da weiter? Klong, 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 klong. Ich nehme das Ding noch ein Stückchen weg. Hier liegen Geschenke in der Ecke. Oh, what the fuck, ey. Das ruts gerade bei mir ins Nichts. Kann ich die Tonne nicht aufheben? Ich hole schon mal den Aufzug hoch. Tüdelü. Hier ist relativ wenig los. Was geht hier vor sich? Ähm. Was? Hier ist eine kleine Geburtstagsfeier und genau vor mir steht so ein Sinnsoldat. Mit einer hellen Bade in der Hand. Er ist so krank, ey. Hier sind wir über Luftschlangen und so. Hier steht der Happy Birthday. Okay, ja, noch eins. Oh, das sind große Geschenke. Das sind große Geschenke und bei mir ist nichts. Oh, aber hier kommt einer. Oh, geiler Flip, Roy. Oh, ey. Oh, wow, wow, wow. Oh, nicht. Shit, wie viel Blut. Das ist doch mal Wahnsinn. Keine Angst, ich bin noch da. Keine Angst, du wegläuft. Ich schiebe jetzt in Soldaten. Aber da hat sich ja nicht. Aber es wird gar nicht richtig. Hallo. Ach, nö. Pause. Bola, 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 bola. Oh, die geht voll daneben. Hell yeah. Der kommt wieder in den Deckung.